Ground and Pound TV die man, wie wir schnell herausfanden, nicht umsonst Minotoro nennt. Ich bin in Brasile, dann bin ich drei Jahre alt und jetzt bin ich hier wieder und in September bin ich wieder zurück. In September bist du hier in Schwesterland? Ja, in Schwesterland. Ja, in Schwesterland. Mit deinem Bruder? Ja, mit mir und meinem Bruder. Mein größtes Wettbewerb in der Welt war gegen Shogun. Shogun, ja. Und von Ruhr. Mauricio Ruhr? Ja. Wir haben, ich denke, die beste Wettbewerb in der Welt war. Was haben Sie gesagt, dass Sie die Betriebe haben? Vielleicht muss ich die Wettbewerb im August in Afrika. Vielleicht werde ich mit einem anderen Wettbewerb. Wir werden sehen, in Zukunft. Ich werde mit meinen Mannagern sprechen. Ich werde zurück in Brasilien heute. Ich werde in Brasilien heute. Ich bin ein Teil vom Olympischen Boxstreter aus dem Brasilien. Wir量ieren viel. Wir helfen uns selbst. Wir helfen uns heute, mit den Techniken, den trainieren. Wir helfen uns mit dem Training, mit dem Sport, mit dem Boxer. Wir helfen uns selbst. Wannschaue ich ein Teil des Olympischen Boxers? Ich bin ein Team aus dem Brasilien und dann habe ich viel mit dem Olympischen Team gearbeitet. Ich bin in den Kuba, in den Boxen zu trainieren. Ich bin in den Pan-American Games. Ich bin ein Bronze-Medalist von den Pan-American Games. Ich bin ein Gold-Medalist von den South-American Games. Ich bin ein Gold-Medalist von den Brasilien-Champions. Ich habe eine gute Boxing-Skille. Ich habe eine gute Boxing-Skille. Ich habe die Boxing-Science-Rappen für 15 Jahre alt. Ich denke, in vier Jahren, meine Boxing-Science-Rappen, ich bin sehr увер, dass ich in den Stand-Up-Fighten bin. Ich bin sehr увер, dass ich in den Stand-Up-Fighten bin. Ich möchte es sehen, weil in den Kampf, man muss eine gute Strategie machen. Dann haben wir einen Plan, wir haben einen ersten Plan. Wenn wir die Kampf beginnen, wenn wir die Kampf nicht gut sehen, dann können wir es nicht ändern. Es ist schwierig für mich, zu verlieren, weil ich habe 6-70 Kilogramm. Aber ich möchte noch in den Kampf in den 205. vielleicht in zwei oder mehr Jahren, ich werde es ändern, um zu verlieren. Ich bin sehr überzeugt. Ich bin sehr überzeugt. Ich bin sehr trainiert in Boxing-Skille. Ich bin sehr überzeugt, ich bin sehr überzeugt, ich bin sehr trainiert in Jiu-Jitsu. Ich bin sehr trainiert in Jiu-Jitsu-Skille. Ich bin sehr trainiert in Jiu-Jitsu-Skille. Ich bin sehr trainiert in Jiu-Jitsu. ich bin sehr überzeugt. Ich bin sehr überzeugt. Ich bin sehr überzeugt, und auch nach der Vrata-Skille. Der Vrata-Skille. Der Vrata-Skille ist immer gekommen, dass wir einen Vorwärts-Belts-Geräten kommen hier. Sie haben schon angefangen, von den Vrata-Skille und den Vrata-Skille. Es ist sehr gut, aber ich weiß nicht, vielleicht sehen wir die Zukunft. Ich möchte hier sein, in Schwesterland. Ich habe viele Freunde hier. Ich liebe es ein guter Freund, Jim. Wir haben hier eine sehr gute Team gemacht. Wenn wir hier sehen, dann kommen wir hier. Vielen Dank.